Ich muss sagen, ich schäme mich für dich, Kadett. Rutscht aus auf so einem Steinchen. Was sollst du eigentlich in meinem Kurs lernen? Bootfahren, Sir. Das ist richtig. Aber bevor du fahren lernst, musst du erst kriechen lernen. Und dann lernst du gehen. Und dann lernst du zu rennen. Aber bevor du das gehen lernst, musst du erst lernen zu kriechen. Und ich will, dass du kriegst. Sir, ja, Sir.